Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute gibt es kein wirkliches Orakel. Heute eher so eine Art Special, haben wir ja schon öfter mal gemacht, als diverse Trainer entlassen wurden. Beziehungsweise heute mal zum Thema Bundesliga-Finale. Ich habe mich für Bayern entschieden, weil Bayern dieses Finale gegen Dortmund gewonnen hat. Also heute sozusagen, ja ich weiß nicht wie man es am besten betiteln kann, als Review. Ich habe gestern die Bundesliga-Konferenz geguckt. Die absolute Konferenz mit allen Spielen. Nicht nur Bayern und Dortmund wurde ja auch angeboten. Das Bundesliga-Finale sozusagen zwischen den beiden Mannschaften in der Konferenz. Bayern hat gegen Köln gespielt und Dortmund gegen Mainz. Ich habe mich aber dafür entschieden, die komplette Konferenz zu gucken, weil es natürlich auch noch ein bisschen in Richtung Abstieg was gab, was man sich... Alter, okay. Was man, also was relativ interessant war. Und dann ging es natürlich auch noch um die Champions League, beziehungsweise Europa League, Conference League, heißt das andere Ding, glaube ich, ne? Ja, das war wieder ein blöder Pass, den er da gespielt hat. Ja, das Ding stand ja im Prinzip relativ früh, schon, ja, fest, sag ich mal. Da habe ich so gedacht, oh man, eigentlich wollte ich ein Spiel oder eine Konferenz haben, die richtig spannend wird. Und dann hat Bayern auf einmal gegen Köln geführt und Dortmund lag hinten gegen Mainz. Dann haben die noch einen Elfmeter gehabt. Den hat Haller leider verschossen. Verschossen, schade. War vielleicht der Druck ein bisschen zu groß, vielleicht einfach Pech gehabt. Naja, viel mit reinspielen. Die Krönung war so ein bisschen dieser komische Wasserspringler, der da in Köln angegangen ist. Da habe ich, ohne Scheiß, da habe ich kurz gedacht, da habe ich kurz gedacht, ja, ähm, wir spielen ja in München, ne? Das haben die Bayern doch jetzt mit Absicht gemacht, dass da ihr Wasserspringler angeht, während Köln im Angriff ist, ne? Ne, die haben in Köln gespielt. Also da haben die sich selber ein Eigentor, ähm, ja. Also ein sprichwörtliches Eigentor, ne? Das war ja kein Eigentor, das war ja bloß ein Angriff, den sie sich da selber haben, äh, weggenommen. Aber das ist wild. Sowas habe ich auch noch nicht gehört, dass da der Wasserspringler angeht und dann die Torchance irgendwie verhindert. Ja, Köln hat auch noch einen Elfmeter gekriegt. Den haben die dann verwandelt. Stand es zwischenzeitlich 1-1 und Dortmund war wieder Meister, weil es ja dann wieder egal war. Bayern brauchte oder musste gewinnen. Oh, da läuft er dann abseits rum, ey. Da habe ich mir aber schon gedacht, okay. Dortmund hat ja auch noch den Anschlusstreffer zu dem Zeitpunkt gemacht. Da stand es auf einmal 2-1. Dortmund hätte noch zwei Tore schießen müssen. Wenn Dortmund gewonnen hätte, wäre alles egal gewesen. Dann wären sie so oder so Meister gewesen. Da habe ich mir gedacht, okay, Köln zwar mit dem 1-1, aber es ist noch Zeit auf der Uhr. Bayern wird definitiv noch ein Tor schießen, beziehungsweise Bayern ist ja auch immer sehr gut darin, Nachspielzeit zu bekommen. Also ich bin sowieso zu dem Zeitpunkt davon noch ausgegangen, okay, wir spielen hier noch 20 Minuten oder länger. Und Dortmund muss noch zwei Tore schießen, habe ich mir so gedacht. Die müssen einfach noch, die sind selbst noch in der Pflicht. Oder Köln muss halt das Siegtor schießen, damit Bayern dann zwei Tore schießen muss. Jetzt, nice, schönes Ding. Und im Endeffekt hat Musiala, also wir müssen noch ein Stück weiter vorne anfangen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Bayern-Spieler es war, aber irgendeiner ist alleine aufs Tor zugelaufen. Und der Kölner Keeper hat wirklich mit einer Glanzparade gerettet. Der hat das Ding wirklich, dieses Unentschieden für Köln im Prinzip festgehalten. Und das war richtig, richtig stark, wie er das Ding gehalten hat. Nur leider kam dann nochmal direkt der Gegenangriff von Bayern aus der Situation auch heraus. So, die haben nochmal neu aufgebaut. Und Musiala mit einem Sahneschuss. Da konnte der Torwart auch nichts machen. Der war A, sehr präziser geschossen. Und B, standen da auch noch ein Haufen Spieler im Weg. Musiala darf in der Situation gar nicht so frei zum Schuss kommen. Und dann versenkt er das Ding. Und, ja, also man hat aber auch in diesem Spiel, finde ich, gemerkt, dass das nicht die alten, alte, okay, dass das nicht die alten Bayern waren. Die haben auch zeitweise gestruggelt, hast du gemerkt. Dortmund war allerdings auch nicht das alte Dortmund. Also das war, weiß nicht, also 1-0 hinten, dann den Elfmeter, den man bekommt, verkacken. Und dann noch ein 2-0 fangen, so, das ist, die waren offensichtlich sehr nervös. Und, na, also im Grunde muss ich immer wieder sagen, ey, weder Dortmund noch Bayern hätten hier dieses Jahr die Meisterschaft verdient. Aber es gab halt keinen anderen dritten Konkurrenten, der da eben so stark mithalten konnte. Lange Zeit waren ja Freiburg, Union Berlin und Leipzig da noch mit im Boot. Nur leider, ähm, ja, sind denen halt auch irgendwann die Körner ausgegangen, ne? Freiburg noch am ehesten, also das war ja jetzt zu merken, indem sie auch nicht mehr in die Champions League reingekommen sind. Union Berlin hat es dann mal wieder geschafft, aber die hatten zwischendrin immer mal so Aussetzer. Die haben auch gar nicht die Ambitionen gehabt, sag ich mal. Also die hätten es natürlich auch mitgenommen, so eine Meisterschaft. Aber für die war ja schon, ähm, das ist ein Akt, also, ein Akt hört sich jetzt auch wieder ein bisschen mies an, aber die hatten schon zu tun, dass sie in die Champions League kommen, ne? Also da stand ja bis zum Schluss, Alter, den kann man aber halten. Den kann man halten, sorry. Also nochmal, ähm, für die war es ja schon so ein bisschen... Also für die ist es der absolute Erfolg, in die Champions League gekommen zu sein. Das soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen oder so, das ist wirklich für alle Mannschaften eine große Leistung, was sie da gebracht haben. Und... Ja, dann gab es halt noch Leipzig, die zum Schluss, muss man klar sagen, also wenn du die letzten fünf Spiele von Leipzig anguckst, die haben sie alle gewonnen. Die haben die beste Form gehabt. Also wenn du alleine die letzten Meter der Saison nimmst, hätte wahrscheinlich Leipzig Meister werden müssen, können, sollen, wie auch immer. Wenn du nur die letzten fünf Spiele nimmst. Oder die letzten sechs vielleicht sogar, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Oh nein, 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 im Weg stehen. Yes, schön, weggeblockt. So, ja, und das ist im Großen und Ganzen erstmal so mein Gedanke dazu. Jetzt hat Bayern das geschafft. Kurz darauf, oder genau, Alter, den kann man doch mal machen. Während dem Spiel war es, glaube ich, ich kann mir vorstellen, das war so zu dem Zeitpunkt, ist die News rausgekommen, als Köln das 1-1 gemacht hat oder so. Also, dass eben Oliver Kahn und Salihamidzic entlassen sind. Oh, ey. Dass die eben raus sind. Also jedenfalls ist das Stand jetzt noch mein Gedanke. Ich werde nachher noch ein bisschen Doppelpass gucken. Mal gucken, was die noch so erzählen. Ja, und ansonsten hofft man jetzt natürlich, dass sich alle deutschen Clubs wieder richtig gut verstärken. Dass wir, ey, man kann doch auch mal ein Tor schießen, oder? Dass wir nächstes Jahr so international wieder ganz gut angreifen. Also, ich bin echt gespannt, was Union Berlin, die haben ja, oder haben ja sich auch gut in der Europa League dieses Jahr präsentiert. Was die dann in der Champions League so machen werden. Aber Bayern, Dortmund und Leipzig sind definitiv in der Pflicht, was die Champions League angeht. Definitiv. Das war dieses Jahr richtig, richtig schwach von allen. Bayern noch am besten von der Form her, was die Champions League anging. Alter, was sind das teilweise für X-Pässe? Das war ein normaler Pass. Eher rennt weiter. Ohne den Ball anzunehmen. Ja, und für Dortmund kann man nur hoffen, dass sie dann nächste Saison auch wieder richtig gut angreifen können. Aber alle Mannschaften dieses Jahr so ein bisschen, ja, also alle drei Mannschaften, wenn ich jetzt hier Bayern, Dortmund, Leipzig nehme, hatten alle zu tun, da irgendwie überhaupt oben mitzuspielen. Also das klingt jetzt auch wieder ein bisschen krasser, als es eigentlich sein soll, weil sie alle eingebrochen sind. Bayern, da hat man es ja noch am ehesten gemerkt. Aber Leipzig war auch am Anfang, beziehungsweise mittendrin so ein bisschen am Wegknicken. Dortmund ja auch immer wieder und am Anfang der Saison, glaube ich, auch nur Sechster gewesen oder so. Leipzig ist ja schon, Leverkusen war auch schnell unten dabei. Die hatten, glaube ich, am Anfang noch zu tun, dass sie nicht absteigen. Die haben sich ja dann auch wieder hochgekämpft. Ja, ansonsten muss ich sagen, war eine sehr geile Konferenz, ist zum Schluss nochmal richtig schön spannend geworden, hat Bock gemacht. Und die zwei Mannschaften, die abgestiegen sind, sind natürlich Hertha und Schalke, wo es immer irgendwie zwei Mannschaften trifft. Auch interessant, wer damit hochkommt, ne, mit Darmstadt und Heidenheim. Ansonsten haben wir noch Stuttgart und dann wird heute festgelegt in der zweiten Liga, wer auf Rang drei ist, wer in die Relegation kommt, gegen Stuttgart ran darf. Vermutlich Hamburg. Wir schauen mal, ich werde es mir dann wahrscheinlich auch irgendwie per Ticker oder so werde ich das wahrscheinlich verfolgen. Mal gucken. Und das ist es erstmal zum Bundesliga-Finale. Eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich habe schon das UEFA Europa League Finale aufgenommen, das kommt dann am Mittwoch. Und nächstes Wochenende gibt es dann Leipzig gegen Frankfurt im DFB-Pokalfinale. Relegationen werden wir noch orakelen und natürlich das Champions-League-Finale dann in zwei Wochen wird auch orakelt, ne. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dann sag ich einfach mal, ciao.